Moin Leute! Herzlich Willkommen hier wieder von einer weiteren Hypixel Wound, aber diesmal 3 vs. 3 vs. 3. Also diesmal habe ich 2 Mates. Oh, Obelist, Obelist, der Peiniger. Okay, Leute, ich baue mich zu den D-Astern. Wer ist mein Mate? Okay, wen wähle ich als mein Mate? Dich und dich. Die mit dieser, die finde ich cool, diese Skills. Oh, oh, den Creeper, den Creeper. Oh, Holterweinie, guten Tag. Okay, decken wir das ganze Mal. Peri, das schnabelt hier. Du bist ein Zwieger, das ist unser Motto. Hallo. Ich will ihn im Team, ich will auf jeden Fall ihn im Team. Ohne ihn spiele ich nicht mehr. By the way, wo ist der? Doofenschmerziger ist unser Motto. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Moin, Leute, herzlich willkommen zu Bad Wars mit Penny, Perry, das schnabeltier aus Phineas und Ferb. Bitte, bitte, habe ich ihn, habe ich ihn. Nö, ich will euch nicht. Nichts gegen euch. Also doch, alles gegen euch, aber egal. Leute, ich probiere hier einfach nur schnell zuzubauen. Sieht nicht schön aus, aber egal. Bridge, bridge, bridge. Oh, oh, Maschine, Maschine. Ja, schön. Schön, Bro. Let's go, du bist die Maschine. Die Maschine, das ist raus. Die Maschine, das ist raus. Ich probiere dich. Habe ich, habe ich noch welche mitgenommen? Ne, habe ich nicht, oder? Ich zerstöre sie jetzt. Oh, die andere noch. Ich habe ihn ins Void gemacht, oder? Ich habe ihn doch ins Void gekickt. Hä? Wo ist unser Mate eigentlich? The Mate hat gar keinen Bock auf uns, schätze ich. Ah, gut, ich habe... Schön. Ich helfe euch. Na komm, sie hat ein bisschen irre. Aber gut, ich habe einen bekommen von denen, den ich wollte. Aber ihn finde ich auch gut. Ihn finde ich auch gut. Ich bin froh mit meinen Mates. Das ist schön, wenn man gute Mates hat, weil man selber wahrscheinlich immer nicht der Beste ist. Ich guck mal, was man hier sonst noch so ausprobieren kann. Ich will jetzt diesen Kompakt-Tower. Ich will jetzt diesen Kompakt-Tower. die Kompakt-Tower. Ich gehe jetzt zu uns. Und... Noch ist einer von den Ghoul'einen. Oh, oh, oh. Ich muss ihn schnell... ...runten machen. Hallo, Läger! Junge, wer ist gerade von hinten gekommen? Och, scheiß den Gelb, ne? Ey, wie ich schon gesagt habe, ist alles doofe, kommt von hinten. Ich baue uns da jetzt rüber, keinen Bock mehr. Hey! Hier kann ich mal das Gold nehmen. Hunde, wie 구�el. Na gut, ich war mir so下bjer. Das, das, oder? Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hul uns Blöcke, du bist... Okay, ich hol uns Blöcke. Ne, jetzt hol ich uns Blöcke. So unnötig. So unnötig. Jot. Let's go, Leute. Habe ich schon erwähnt, dass ihr Like und Abo dalassen sollt. Wenn der jetzt nicht rüber... Ne, der braucht keinen Bock mehr auf ihn. Achtung, halt. Blö. Das habe ich auf Kamera. Und zwar so hart. Ja, mein, ich habe den Ullschock verkauft. What the heck? Mein Mate einfach krasses Damm. Junge. Achtung, Achtung. Nein, nein, nein. Er kommt, er kommt. Du machst das, du machst das. Ich glaube an dich. Ich kaufe dir sogar noch Schärfe, weil ich so ein guter Mate bin. Wo ist eigentlich unser anderer Mate? Junge, wie er sie einfach... Moin. So, hier erstmal nochmal... Was? Was? Zwei? Haben wir jetzt eben hältst. Mhm. Aber was Gutes werden jetzt ihren Spawner und unser... Es ist richtig. What? Okay, okay. Okay. Wir müssen... Uff, Puzzle. Sagt er und dann fällt er ins Beut. Ich will da noch die Gears abkrasen. Weil die hier alle so beschissen bauen, ne? Unserer Mates, ihr, ihr, sie. Nein, in welchem Team ist eigentlich das Schnabeltier? Das war gut. Und so. Emerald. Emerald. Boom. Hm. Okay. Die drei Sekunden. Warte ich noch, Leute. Die drei Sekunden. Hm. 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 Nö. Och nö. Wieso bin ich so schlecht? Kann ich sie aber sehen. Auf die Öl. Die fallen auf von den Juden. Na gut. Jetzt haben wir das Gapelt. Bam. Bam. Übrigens, das Lied, was ich die ganze Zeit singe und summe. Und schön brumme. Ich will hier auch mit hoch. Ich will hier auch mit hoch. Dicke. Dicke. Wie. Wut? 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 Lass mich nicht alleine. Ich bin nicht so gut alleine. Nein! Sterb nicht. Das wär jetzt anders scheiße. Ich komm von hinten. Ich frag mich immer, wenn ich jemandem was gebe, frag ich mich immer. Ich mach mich unsichtbar, wenn's nötig ist. Weil ich Schiss hab vor dem. Ich hab keine Angst. Leute, sorry für die schlechte Folge. Aber nicht so musste sein. Ich bin so schlecht, ne? Okay, Leute. Tschö mit Ö. Adieu. Haut rein. Und ciao.